Hallo, mein Name ist Dr. Mariana Wagner. Ich bin Astrophysikerin und Musikerin und verbinde mit der Show Sound of Space diese beiden Welten erstmalig miteinander. Das ist in dieser Form einzigartig, momentan gibt es keine vergleichbare Show. Sound of Space ist eine audiovisuelle Reise durchs Universum für jedermann. Das Besondere daran, ich nehme die Geräusche des Weltalls und erkläre vor jedem Titel ihre Herkunft, die Physik, die dahinter steckt und baue dann aus diesen Space Sounds Popsongs, die die jeweilige Geschichte des Signals auch inhaltlich widerspiegeln. Zum Beispiel wird aus dem Klicken eines Pulsars der Beat oder aus dem Pumpen der Plasma-Konvektionsströme unserer Sonne ein Basspattern. Das Projekt ist ein spannendes neues Edutainment-Format, das Wissensvermittlung in ein Live-Pop-Konzert einwebt. Die Musik von Sound of Space ist sphärisch, energiegeladen und emotional und lässt den Zuschauer auch gerade im Zusammenspiel mit den passenden Bildern im Hintergrund richtig in das Geschehen eintauchen. Am Ende der Reise landen wir wieder auf unserer Erde und erleben sie aber letztendlich auch uns selbst in aller Zerbrechlichkeit und Einzigartigkeit. Everything alive, everyone we love, everything we got is on this pale blue dot.